So ist eigentlich immer eine doofe Floskel, sage ich auch ganz ganz oft, aber trotzdem freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, im Moment spiele ich ja eher weniger Clash of Clans mit euch, ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm, wir werden noch reichlich sehen und werden ja auch reichlich vor uns haben, denn gestern, ich muss mal hier so ein bisschen auf die Seite gucken, es steht jetzt auch in den News drin, das heißt wir haben magiedicht in der Luft, in der Tat, das Rathaus 15 sieht magisch aus, immerhin hat einer geschrieben, Midnight Blue könnte es sein, was die Farben so darstellen, naja kann man sehen wie man will, aber trotzdem danke für den Vorschlag und neue Truppen haben wir noch nicht gesehen, aber es gibt neue Verteidigungen, es gibt neue Verteidigungen und zwar, ich will es mal so sagen, ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, als die Verteidigung der Luftfeger mit in dieses Spiel kam und viele haben gesagt, ach das brauchen wir alle nicht, viel zu klein, viel zu uneffektiv, aber ich finde die, gerade diese kleinen, aber feinen Luftfeger können einem manchmal ganz schön abnerven und deswegen, oder nicht nur deswegen, sondern auch bei den neuen beiden Verteidigungen hat man erst so ein bisschen das Gefühl, naja, aber wir gehen mal rein und zwar genauso wie gestern, ach so ihr seht hier übrigens auch die Balance Changes, beziehungsweise die Kostenreduzierung, da geht es dann, so wie ich es gestern auch angesprochen habe, in die Wikis rein, also auch schon im deutschen Clash of Clans Wiki werdet ihr die ganzen tabellarischen Auflistungen finden, finden, vielen lieben Dank den Administrat, die haben sich echte Mühe gegeben, das Ganze vor allen Dingen schon in ihr Wiki drin gehabt zu haben, gestern in dem Moment, nämlich wo das Video kam oder überhaupt wo die Vorstellung kam vom Rathaus 15 und finde ich schon sehr, sehr cool, ich meine jeder macht sich da so ein bisschen mehr oder weniger Arbeit mit, ich mache mir ganz, ganz wenig Arbeit mit, ist aber auch dem geschuldet, dass ich das Material, sagen wir mal so, so günstig wie günstig verbrauche, gestern habt ihr mir nicht gesagt, dass wenn ich auf mein Bildschirm gehe, gar keine Kamera da ist, Leute, da müsst ihr mir doch sagen, jetzt sieht das zwar ein bisschen komisch über mir aus, da mit dem Uhu so über meinen Icons, aber mein Desktop ist eher schlecht oder gut aufgeräumt, auf der einen Seite sind die Non-Spiele und Applications und auf der anderen Seite sind die Spiele und Applications, die ich so fürs Streamen oder zum Spielen brauche, ich spiele ja auch nicht nur Clash of Clans. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken uns das Ganze jetzt an, wir gucken uns als erstes den Monolithen an, der hört sich erstmal bombastisch an, so ein bisschen so wie, jetzt kommt der zweite Adler, ist aber nicht so. Ja, es ist letztendlich ein Türmchen, ein Türmchen und gar nicht mal groß, sieht so ein bisschen aus wie ein Tesla, finde ich und ja, so möchte ich das auch gerne machen, aber da fehlen mir natürlich ein bisschen die Gems, oder ist das gerade ein bisschen laut? Also für mich ist das gerade ein bisschen laut, aber ihr seht hier 150 Damage per Second, extra Damage, 14% auf Target, maximal Heal Point und das heißt, er wird auch ein bisschen stärker, aber jetzt treten hier halt so Stück für Stück die Truppen ran und mich wundert es eigentlich gerade, warum ihr das plötzlich nicht mehr hört. Hm, warum hört ihr das eigentlich nicht? Hm. Achso, deswegen hört ihr das nicht, okay. Wartet mal, dann hört ihr das jetzt. Jetzt hört ihr es wieder, alles klar. Komisch, dass das umgestellt war. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, egal. Aber auch hier, ihr seht, Truppe für Truppe gesetzt, natürlich außerhalb des, oder außerhalb der Range, so will ich es mal sagen. Und, ähm, es ist schon, ja im Moment hat es noch keine Truppe so wirklich geschafft. Mal sehen, ob der, ob der Golem noch drankommt und den, den Türmchen zerstören kann. Ja, der schafft den Monolithen aber auch gerade so, also mit aller, allerletzter Kraft und der ist upgradebar erstmal bis Level 2. Sieht natürlich monstermäßig aus, 19 Tage, Freunde. Das ist auch mal wieder ein Wort zum Sonntag wie gestern auch, die Sachen, die ja upgedatet werden können. Aber er ist nochmal, nochmal eine kleine Ecke, hübscher oben gehen, halt so zwei, zwei, ich will nicht sagen Klappen auf, aber sieht so ein bisschen so lasermäßig aus. Ne, so, so future-mäßig, na, so ein bisschen future-mäßig sieht das Ganze aus. Und er ist nochmal eine ganze, ganze Ecke stärker, seht ihr selber. Also, ich finde, gelungen, ist auch nicht ganz so groß. Also, man spart ja so ein bisschen ein paar Felder ein durch die Wegnahme der Kasernen. Und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und, ähm, so kann man erstmal, ähm, ja, mit dem Monolithen, die muss man natürlich, ähm, ja, wo, wo platziert man dieses Ding? Ich meine, er ist ja sichtbar da, ist ja kein Hidden, ähm, Werkzeug oder keine Hidden-Verteidigung wie der Tesla, ähm, sondern ist ja erstmal immer da. Und, na, ich bin gespannt, wie man den einsetzt oder wo man ihn zweckmäßigerweise einsetzt, an, an welcher Ecke oder am Rathaus oder an Gebäuden, die viele Trefferpunkte haben. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, zu sehen. Also, der Turm hier, wirklich nicht schlecht, wir gucken uns den nochmal an. Und, ähm, vom Design her passt er natürlich super hier ins Spiel rein. Aber es ist nicht das Einzige, was hier reinkommt, sondern es kommt eine, ein Zaubertower, ein Zauberturm. Okay, den müssen wir jetzt aber erstmal suchen, ähm, den müssen wir jetzt erstmal suchen, den Zauberturm. Also erstmal aus dem Shop rausholen. Spelltower, da ist er. Ist ziemlich klein, ne? Also das ist noch nicht so ein richtiger Tower, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, ihr seht schon, was er tut. Gut, das heißt also, der kann abgedatet werden auf, ich glaube, vier Level. Und, ähm, jeder Level, beziehungsweise jeder Level hat einen gewissen Spell-Effekt. Hier ist es der Rage-Spell, also Damage, Increase, 100%. Alles, was in seiner Range ist, macht halt mehr Schaden. Finde ich sehr, sehr gut. Also, quasi Boost für Verteidigung. Was heißt Boost? Rage für Verteidigung. Und wie das Ganze aussieht, das zeigt uns hier auch der Kollege Sneak Peek. Cooler, cooler, cooler Name für einen Char. Aber ihr seht das jetzt, wenn die ersten Truppen in die Range kommen, schmeißt er den, schmeißt er quasi den Gift und der taucht auch wieder auf. Wenn er es also nicht schafft, die, ähm, Gebäude hier zu schaffen, beziehungsweise auch das Gebäude zu schaffen, dann bläht er sich nochmal auf. Das heißt also, das Elex kommt dann nochmal von unten, dauert allerdings, so wie ich es jetzt eben gesehen habe, gute 50 Sekunden. Also, dauert schon so ein bisschen was. Allerdings, ähm, hat er noch andere Fähigkeiten und ich find's, ja, ich bin echt gespannt. Dieses, dieses kleine, unscheinbare Teil wird jetzt abgedatet auf den nächsten Level und unlocks, man sieht unten schon, Gift. Ja, der Gift-Sauber kommt rein und er kriegt auch gleich mehr Hitpoints. Also, 300 Punkte mehr, die runterzuklopfen sind und ihr seht jetzt unten auch schon, dass man den Spell jetzt changen kann. Also, auch dort können wir etwas aktiv verändern. Und jetzt wird er ein bisschen weiter nach vorne gesetzt, ganz zu Recht, denn der geht jetzt nicht in der Range dieser Verteidigung, sondern der wird abgeschossen. Guckt euch das an, ist das cool oder was? Das ist doch mega, oder? Jetzt geht er auch wieder nach unten, beziehungsweise nicht da, nicht ganz nach unten, so ein bisschen, um wahrscheinlich die nächste Pulle hochzuholen. Ob ihm das gelingt, sei mal dahingestellt, nicht wirklich, doch, er verteidigt noch, aber die Helden machen dem Gebäude jetzt sicherlich ein Garaus, denn sonst kommt das nochmal hoch und er schießt nochmal. Der nächste Zauber hat's, ja, heftig in sich, also waren das jetzt doch nur drei Level, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Jetzt wird nochmal gewechselt, ich glaube, es waren doch nur drei, ich glaube, es waren doch nur drei Level erstmal und Invis Zauber. Genial, wirklich genial, muss ich sagen. Und was jetzt passiert, das ist echt cool, die Truppen gehen nämlich an den Gebäuden vorbei. Die lassen ihn jetzt gleich einfach links liegen, wenn er aktiv wird. Ich musste gestern schon so ein bisschen lachen, als ich es gesehen habe, beziehungsweise heute ein bisschen lachen, als ich es gesehen habe. Und da kannst du natürlich dann leider nochmal von vorne anfangen, ne. Ja, das ist ein bisschen doof, dann hast du die Defensive im Nacken und normalerweise, wenn du ja die defensiven Gebäude angreifst, hast du sie danach nicht mehr. Und jetzt läufst du dran vorbei und hast sie dann im Nacken. Ich meine, das ist eigentlich wie ein aktiv geworfener Invis Spell, aber hier von dem Zauber Tower ist das schon eine coole Sache, muss ich sagen. Und auch mit dem Gift und mit dem Rage. Ich bin wirklich, wirklich gespannt auf die Einsatzmöglichkeit dieser beiden neuen Verteidigungen. Und ich denke mal, ihr habt da jetzt schon so ein bisschen eure Ideen, was kann man da machen, was kann man dagegen machen. Aber die Felder der verbleibenden oder der jetzt wegbleibenden 1, 2, 3, 4 Kasernen, das ist ja noch nicht gewesen. Also der Tower und der Monolith, die jetzt neu hinzukommen ins Spiel, werden sicherlich einige Felder ersetzen. Aber das ist längst noch nicht alles, aber jetzt schraubt man natürlich schon am neuen Base Designs oder überhaupt an den Base Designs. Und ich bin echt mal gespannt, wie das hier weitergeht. Das war auf jeden Fall für heute der zweite Sneak. Und ich muss immer mal wieder reingehen bei mir ins Game. Gehe ich jetzt auch mal wieder auf der Bildschirmaufnahme raus und dann habt ihr wieder mein Game hier. Ich muss nämlich immer noch in den CKs angreifen. Wir haben nämlich aktuell noch Liga, aber ich glaube, die Liga lassen wir mal links liegen und kümmern uns lieber so ein bisschen mehr um das Update. Also zweiter Peak ist da. Nein, Peak Sneak ist da. Und ich hoffe, ihr bleibt am Kanal dran. Und dann versorge ich euch mit weiteren Sneaks und mit weiteren Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis dahin, euer Toto Clashed. Bis dahin, euer Toto Clashed.